Wir fangen mit den YouTube-Video-Reaktionen an, also für die Sachen, die rausgekommen sind. Ich sehe hier Fußball-Challenge von Marlon mit Eli, Sidney, Willi und hier, das ist ein Fußball-Profi, glaube ich. Was haben Sie denn, Leute? Jessica Kanga-Mann. Das gucken wir als erstes an, Chad. Wir gehen direkt an das Video. Wir sind da weggerücken. Ach, du Scheiße. Oh mein Gott, ey. Heute gibt es eine Fußball-Challenge. Wir haben schon eine bei Eli aufgenommen. Seht ihr auf seinem Kanal. Wahrscheinlich sind welche bei mir, die noch nicht von ihm kommen, Kappa. Ja, lass den Like da, lass ein Abo da, lass den Kommentar da. Na, Dinger, ihr abonniert diesen Kanal, dann seid ihr Knechte, ihr lasst ein Like, Playstation organisiert. Ihr müsst dafür, keine Ahnung, Marlon hat ein geiler Typ in die Kommentare und abonniert den. Der Algorithmus ist der Wirt. Abonniert den Kanal, wie viele Abonnenten hast du? 40.000. Macht sofort jetzt 50 Folgen. Für den ganzen Support bei den ersten beiden Videos, würde ich euch was kleines zurückgeben. Ich werde eine Playstation verlosen. Was ihr dafür tun müsst, einfach nur ein Like da lassen, einen Kommentar und mir bei YouTube und Instagram zu folgen. Dann seid ihr dabei, es wird so in zwei Wochen ausgelost. Playstation kommt immer gut. Und Alel Poe, danke schon für den Re-Sub im sechsten Monat. Sechs Monate stand, wo alles sehr dabei. Digga. Ich weiß selber nicht, wie er Torschützenkönig bei Delay sein kann. Elias ist Torschützenkönig bei Delay Sports? Digga, dann kann ich auch bei Delay Sports spielen. Boah, Digga, Sydney hat echt zugenommen, oder? Boah, Digga, man sieht hier so richtig wie dieses... Kennt ihr das, wenn ihr so ein bisschen zugenommen habt, man sieht das direkt am Oberteil, weil das hält so euren Bauch? Hier, das Oberteil hier von Sydney hält seinen Bauch. Wisst ihr, wie ich meine? Daran sieht man einfach, dass er zugenommen hat, Bruder. Das ist einfach der größte Beweis. So, erste Übung, ganz klar... Es ist kein Fettsack, übertreib nicht, Chad. Übertreib doch nicht. Einer spielt Englisch, von der Grundlinie im Rückraum. Zwei Kontakte, Abschluss, muss Tor sein. Let's go! Drei von drei. No cap. Aha. Warum immer so Filmmusik, Digga? Man denkt, man guckt gerade, flucht der Karimik. Drei von drei. Schade. Eintrude Official mit dem Primesub im Ersten. Das Erste Mal, dass er Primesub da lässt. Guter Kanal, guter Twitch-Kanal, um Primesub da zu lassen. Den Ersten. Ganz schön, Bruder. Digga. Er macht Goofy-Arts-Sounds rein in das Videochat. Ey, Digga. Zweimal Pfosten. Wow. Wohl gut, Freddy. Hm. Müssen alle drei drin sein jetzt. Noch einer, komm. Alle drei klicken. Schön. Boah. Das ist scheiße, ne? Wenn der so reingeht, kacke. Der ist Profi. Der, ja, okay, ey. Zwei Musse rein machen. Ja. Bravo, bravo, bravo. Tor war Deko, chat. Tor war Deko, chat. Tor war Deko. Das war die erste Challenge. Ergebnis wird hier eingeblendet, irgendwo. Der zweite Challenge wird jetzt sein, eine Flanken-Challenge. Zu dritt. Also drei gegen drei sozusagen. Einer flankt raus. Ohne Auftippen muss der Ball reingeflankt werden. Abschluss. Tor. So, ich hab mich vertan mit, dass wir sechs sind, wir sind nur fünf. Das heißt, wir machen wieder eins gegen eins. Oh, ich danke für den Zapp im ersten Sinn, da bezahlt der Zapp. Oha. Direktabnahme, der Ball muss rausgespielt werden, in der Luft annehmen. Flankte direkt, ohne auf den Boden zu kommen. Das ist der Weg zu gehen. Der einzige Profi kommt so gestylt, als würden die ein Eis essen gehen oder so. Das ist der Weg. Die Sonne brennt voll. Aber gut, dass da wer aufgenommen hat, ne? Gut, dass hier wer aufgenommen hat, weil die Szene war einmal richtig wichtig, die man gesehen hat, wie hier der Ball angenommen wurde. Die wurde sehr oft benutzt. Hier schon wieder. Wichtigere Kameramann gewesen, Chad. Ja! Oh mein Gott, hier geht's! Zweite Übung haben wir geschafft. Ergebnis seht ihr wieder hier eingeblendet. Jetzt kommt dritte Challenge, Sauger-Challenge. Drei verschiedene Stufen, dreimal hochwerfen oder hochschießen. Er muss den Ball, wenn möglich, perfekt so sorgen, dass er am Fuß bleibt. Drei das ist eine 8.5. Nicht verkehrt, ich sag dir ehrlich. Digger, ich werde den Ball nicht mal treffen. Gibt's nicht, neun. Neun? Marlon, ich kann es dir gerne zeigen. Das ist ein neun. Neun? Er hat sie doch direkt wieder berühlt. Warum haben die denn bei dem anderen so schlechte Punkte hier drin? Jetzt bin ich gespannt. Haben wir gesehen, wie weit oben das war? Gut, Nico. 8.5. Digger, die haben bei diesem Brotin voll die schlechste Penosung gegeben. Ja, 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 ja. Wir sind auch krass schwer. Wenn ich die Autoprotin wieder hinbekommen, vergisst das jetzt. Na gut, mach's den Lick. Was war das, 4 Cent? Tschüss, okay! Völlig stabil, völlig stabil. Was, erst mal 8, 9 auch? Fußball-Challenge einkappt. Also Jungs, sind wir hier bei der Challenge oder sind wir hier in einem Tanzverein? Jetzt so hoch. Guter Ball, guter Ball, guter Ball! 100 Prozent! Spiel ist okay! Ja, passt! Die kranke Motivation, der hier. Die letzte Challenge für heute, nothing but net. Wir fangen an beim Stoff 5er und dann immer einen Schritt zurück. Der letzte Überspekte hat gewonnen. Einmal davon verkacken und dann wird alles zusammen gerechnet und eingeblendet. Der gewonnen hat am Ende. Spannende Musik Uh! Oh! 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 Boah, das war knapp. Spannende Musik Das hab ich auch mal gemacht bei Leipzig! Diese Nothing but Net Challenge, Chet. Ich glaube, ich hab gewonnen, oder? Ich glaube ich habe das nicht mehr. Ich glaube ich habe das nicht mehr. Rabona, willst du ihn sehen? Ich bin die Kacke an meinem Bruch. Doch. Aber... Rabona ist gut. Gut. Nein. Warte noch, Minus eins. Scheiße. Warte, vielleicht kommt Maulung gleich hinterher. Hä? Du liest doch schon längst raus, oder? Danke, Bruder. Ja, doch. Ich wünsche dir einen schönen Abend noch. Danke, Bruder. Danke, Bruder. Warte mal, ich schwöre, wir sind alle noch drin. Nächste Stufe, direkt Mittellinie. Alle noch drin, außer Willi glaube ich. Ich bin rausgegangen. Ja stimmt, Willi ist einfach rausgegangen, keine Lust mehr. Aber man hat mehr Leben. Man hat zwei Leben. Ich schwöre, da sah aber krass aus. Jetzt check ich das. Aber findest du schwer von Länge? Unser Jessic hat noch beide Leben, Digga, gar nichts krank. Ich glaube, Marla verabschiedet sich jetzt. War schön mit euch. Jessic, noch drinne ohne ein Leben zu verlieren. Das war schon krass. Das ist der letzte Versuch, um ihn zu treffen. Ansonsten alle raus. War der? Ja. Ja, zählt. Zählt. Muss mal sein. Wir wissen jetzt nicht ganz genau, wer gewonnen hat, weil es ziemlich viele Punkte und sowas waren. Es wird hier alles zusammengerechnet. Irgendwo hier wird es eingeblendet. Macht von jedem einfach mal eine Jubelszene. Dann werdet ihr jetzt noch diese Jubel sehen. Yes! Es wird hier alles zusammengerechnet. Die Gio auf jeden Fall. Danke an alle Jungs, die wir haben gewonnen. Das war auch krass. Marlon 2. 3. Sind, 4. Willi, 5. Elie. Hier wird es eingeblendet. Macht von jedem einfach mal eine Jubelszene. Dann werdet ihr jetzt noch diese Jubel sehen. Yes! Mach mal eine Jubelszene. Wie mach ich eine Jubelszene? Irgendwann nicht schnell? Ich hab euch gesagt, legt euch nicht mit mir an. Ihr habt jetzt gesehen, wer gewonnen hat. Die Gio auf jeden Fall. Danke an alle Jungs, die dabei sind. Danke an Elie, Sidney. Alle hier, Jessic. Willi, alle drumrum im Kamera. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Ein Kommentar. Einer von euch kann die Playstation gewinnen. Es wird dann in ungefähr zwei Wochen ausgelost, wenn wir wieder kommen sind aus Thailand. Jetzt wird in Thailand noch mehr Content kommen. Ich weiß nicht, ob jeden Tag, jeden zweiten Tag auf jeden Fall. Lasst ein Abo da, damit ihr nichts verpasst. Wir sehen uns das nächste Mal. Wie war noch mal mein Dings? Warte. War gut das Video. 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 Vielen Dank.